Wenn du eine Karte anschaust, was die für ihre Stacheln hat und wie der Hacken teilweise alles was, sie heißt nämlich, alles was Dornen, Stacheln hat, leitet die Giftstoffe aus und da ist die Karte sicher eine ganz wichtige Pflanze, speziell für unsere jetzige Zeit, in der wir leben. Also bei mir wächst die Karte in meinem Kräutergarten, wo ich es eigentlich die Leute bezorgt habe, zum Veranschaulichen, dass sie einmal sehen, wie die Pflanzen überhaupt ausschauen. Eine Karte hat vor allem den Bezug zu Borreliose nach Sturl, der deutsche Kräuterheilkundige und so ist es auch in mir verankert, also Borreliose denkt durch.